Das ist Klaus. Klaus hat sich in den letzten Tagen sehr intensiv mit seiner Altersvorsorge beschäftigt. Dabei hat er herausgefunden, dass die Rente, die er später einmal vom Staat bekommt, nicht ausreichen wird. Allerdings gibt es Möglichkeiten, die Rentenlücke aufzufüllen und sogar den Staat am Aufbau seiner Altersvorsorge zu beteiligen. Wie dies zum Beispiel mit der Basisrente möglich ist, schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Die Basisrente, nach dem Ökonomen Bert Rürup auch Rürup-Rente genannt, ist eine Form der staatlich geförderten Altersvorsorge, die sehr gut dafür geeignet ist, die vorhandene Lücke in der Rente aufzufüllen. Durch die großen steuerlichen Vorteile ist sie besonders für Selbstständige, Freiberufler und Gutverdiener geeignet. Die Beiträge für die Basisrente können für Klaus sogar so berechnet werden, dass er seine kompletten Beitragszahlungen vom Staat über die Einkommensteuererklärung wieder erstattet bekommt. Das gefällt Klaus als altem Sparfuchs besonders gut. Aber Klaus ist noch skeptisch, denn wo so viele Vorteile sind, gibt es sicherlich auch ein paar Dinge, die beachtet werden müssen. Und Klaus hat recht, es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die man bei der Basisrente berücksichtigen muss. Als erstes gilt es zu beachten, dass die Auszahlung nur als Rente und frühestens ab dem 62. Lebensjahr erfolgen kann. Außerdem ist eine Einmalauszahlung des Guthabens nicht möglich, weil die Basisrente ja als Rente fürs Alter gelten soll. Klaus kann seinen Basisrentenvertrag auch nicht verkaufen oder beleihen, verschenken oder vererben und die Rentenzahlung muss später mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Da Klaus aber sowieso etwas für seine Rente tun möchte, die er dann ein Leben lang genießen will, findet er die Regeln, die er bei einer Basisrente einhalten muss, sogar gut. Entscheidend für Klaus ist die hohe staatliche Beteiligung aufgrund der Steuerrückerstattung, weil er dann in der Ansparphase weniger eigenes Geld aufbringen muss. Durch die Basisrente kann Klaus seine Altersrente nun enorm aufpeppen. Klaus sollte aber auf jeden Fall eine Vertragsart auswählen, die ihm eine gute Rendite bietet, damit sich Klaus später einmal über eine lukrative, lebenslange Rente freuen kann. Und weil Klaus später einmal heiraten und eine Familie gründen will, schließt er einfach einen Hinterbliebenenschutz ab, damit dann auch seine Familie abgesichert ist. Für Klaus ist nun alles klar, denn er hat erkannt, dass er sich die staatliche Beteiligung an seiner Rente auf keinen Fall durch die Lappen gehen lassen will. Denn wenn der Staat schon Geschenke verteilt, dann will Klaus diese auch nutzen. Welche Produkte für Ihre Basisrente in Frage kommen und auf was Sie sonst noch achten sollten, erklären wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.